Beate, schau, so kannst du es auch wieder stoppen. Nee, nee, nicht am Anfang. Ja, es muss am Anfang drauf liegen, dass ich mit einem Musikstück anfange. Ist das richtige Klammerfondammel? Ja, das ist eine normale Schnehnadleine. Vielleicht kannst du ja dann nehmen. Doch, doch. Echt? Es gibt ja hier eh keinen Ton, Lars. Guck mal. Kannst du ja nehmen. Wenn ich weiter... Paul? Ja? Also geht's gut wieder. Glück. Mach's gut. Ja, du auch. Wenn's drunter fallst, fang ich dich. Komm, dann riskieren wir's. Listo. Listo, senores. Listo. 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 Klaus, komm rüber. Das war schon gut. Pass auf. Das ist richtig rangekommen, da. Ja, es ist unheimlich schnell, hat sich der Hintergrund... Ich fürchte, er hat zu früh... Nein, nein, weil der Hintergrund sich unheimlich schnell... Ja, Klaus, komm! Listo! 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 Da, schwenkt! Da, hier! Listo! 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 Ja, wir haben da jetzt... dass du weggerannt bist, bevor das Raum gekallt ist. Das war doch die Idee! Du bist doch ein Idiot! Wir sind vorwärts geflogen! Und die Optik hat... Schau mal, hör dir aus, diese Optik hier! Diese Optik flog uns bis nach vorne raus! Das ist doch die Idee überhaupt! Oma! Halt dich! Komm immer näher! Komm immer näher! Die Lande rast! Und in dieser Panik hab ich geschrien! Die Engine, die Engine! Und da hat's geknallt, dann hat sie geflogen! Besser geht's doch überhaupt nicht zum Teilen! Die Lande rast! Die Lande rast! Die Edition, auf die vegetarachen Niem Falten bleibt Split... Die andere foundes unter one Ark nuestras Brötchen часть. Die Stadt stelle ist gesteckt... In fact, das ganze Film also sitzt. Das ist doch.